Erst einmal, ja ja, ich lebe noch, doch was mit meiner Krankheit und mit meinem Weggang wirklich war, das besprechen wir mal in einem anderen Video. Kommen wir für die alten Hasen direkt zu den News und natürlich auch für die neuen, naja, sofern dieses Video überhaupt noch irgendjemandem vorgeschlagen wird, bitte entschuldigt die Webcam, die Qualität, ich weiß, mein Kater hat sich am Kabel vergriffen, das wird natürlich bald erneuert. Kommen wir erstmal zu den News, beziehungsweise möchte ich euch erstmal mit auf eine Stufe holen. Alles, was ihr hört oder beziehungsweise alles, was ihr bis hierhin gehört habt, gesehen habt, gelesen habt, egal von wem, beruht auf Hörensagen, beruht auf Insidern, beruht auf Gerüchten. Es gibt aktuell keine offiziellen Quellen, Sony hölt sich in Schweigen. Das möchte ich auch mit diesem Video nochmal ganz, ganz klar ausdrücken. Ihr werdet im Hintergrund immer mal wieder ein paar Specs und Informationsquellen sehen, außerdem sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir erstmal zur Playstation 5 Pro. Hierzu gibt es so viele Gerüchte, dass es kaum möglich ist, überhaupt eine Übersicht zu behalten. Kommen wir erstmal zum möglichen Release-Zeitraum. Hier habe ich einfach mal Tom Henderson zur Rate gezogen. Tom Henderson ist einer der größten Insider, die wir überhaupt haben und erstmal, um die Leute abzuholen, die sagen, ach Mensch, Insider, das ist mir sowieso nichts. Es gibt Insider mit einer niedrigen Trefferquote und es gibt Insider mit einer hohen Trefferquote und ich sage immer gerne, und es gibt Tom Henderson. Einen Business Insider, der wirklich einen Ruf zu verlieren hat und Insider mit einer hohen Trefferquote, die einen Ruf zu verlieren haben, da könnt ihr darauf wetten, dass ihr tatsächlich auf diese Information schon was geben könnt und dass da definitiv was dran sein wird. Es gibt natürlich auch Insider, von denen hat man noch nie gehört und die haben auch keinen Ruf zu verlieren und die quatschen dann viel Scheiße. Aber grundlegend kommen wir erstmal zu Tom Hendersons Einschätzung, wann denn die Playstation 5 Pro erscheinen könnte, beziehungsweise reden wir hier erstmal nur von der Ankündigung. Viele wünschen sich, dass das jetzt schon im Frühjahr in der CES 2024 passiert, aber da wird sehr wahrscheinlich nicht von ausgegangen. Tatsächlich wäre das auch so ein bisschen logisch betrachtet Quatsch, die Playstation 5 Slim wurde jetzt erst verkauft, ein paar Monate später soll direkt die Playstation 5 Pro announced werden und dann auch direkt in den Verkauf gehen. Hier wird eher davon ausgegangen, dass das Announcement der Playstation 5 Pro im Herbst, beziehungsweise Ende diesen Jahres, also 2024 passiert. Wann dann der eigentliche Verkauf startet, ja das ist dann schon so ein bisschen unklar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Announcement Herbst 2024 ist und der Verkauf startet direkt im Wintersale 2024. Das wird sich dann wahrscheinlich auf 2025 beklagen und naja, wie meistens dann auch wieder auf das Weihnachtssale-Geschäft. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht tatsächlich sogar von euch denken, das kann doch gar nicht sein, die Playstation 5 ist doch erst erschienen. Naja gut, die ist aber Ende 2020 erschienen und naja, wenn jetzt die Pro-Variante Ende 2024 oder Ende 2025 rauskommt, da sind da schon 4, 5 Jahre um. So eine Konsolengeneration geht im Schnitt nur 6 bis 7 Jahre, dann kommt schon die Playstation 6. Also wir könnten tatsächlich schon davon ausgehen, dass Ende 2027 die Playstation 6 in den Startlöchern steht. Vielleicht auch erst 2028, je nachdem wie sich die Technik entwickelt und auch wie schnell der Konkurrenzkampf zwischen Microsoft und Sony sich schlussendlich entwickelt und wie die miteinander betteln und was da dann genau passieren wird. Aber um den dicken Daumen, um 2027 wird es sehr wahrscheinlich bereits eine Playstation 6 geben. Also bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Playstation 5 Pro. Hierzu gab es schon 2021, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ihr seht es hier auch nochmal eingeblendet, tatsächlich schon erste Patente, die Hoffnung bzw. die Information zu einer Playstation 5 Pro bestätigt haben, die auch auf einer neuen CPU-Basis basieren soll. Hier soll auch wieder AMD unterstützend sein bzw. der Mitentwickler an der ganzen Sache. Also jetzt haben wir in etwa mal so das Announcement und, naja, ich sag mal, das Release der Konsole eingrenzen können. Wie sieht es denn mit dem Preis aus? Das ist wieder auch wieder reine Spekulation. Hier geht man wieder von 100 Euro mehr aus, also könnte die um den dicken Daumen 600 Euro kosten, die Konsole selber. Jetzt kommt es halt darauf an, ja okay, also gebe ich 100 Euro mehr aus, 600 Euro, das Ding kommt eventuell Ende diesen Jahres, ja wahrscheinlich aber nicht, eher 2025. Was kann die denn? Also ist das jetzt so ein krasser Sprung oder ist es das eben nicht? Und hier gibt es sehr widersprüchliche Aussagen. Ich nehme erstmal jemanden, den ich grundsätzlich sehr vertraue, der quasi erstmal so ein Worst-Case-Bild gemalt hat und das ist der Dog of YouTube. Ein deutschsprachiger, Grüße gehen raus, er wird das Video nie sehen, aber er ist natürlich trotzdem unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der sagt nämlich, bei seinen Daten, bei allem was er zusammengetragen hat und was er so mit seinen Leuten da zusammengerechnet hat, kommt er, dass die CPU bzw. GPU so zwischen 14 und 18% jeweils stärker ist. Das ist kein besonders großer Sprung und würde auch 600 Euro nicht rechtfertigen. Allerdings soll Sony wohl an einem hauseigenen KI-System, also an einem DLSS-System arbeiten, die dann eben der Konsole hilft bei Auflösung, Bildbearbeitung, FPS etc. Ihr wisst ja, wie das auf dem PC läuft, ja. Man kann ja auch FSR zum Beispiel im Fall von AMD einschalten, dann läuft das Bild halt besser, weil die KI eben diese Bilder schon mitbearbeitet bzw. mitrendert, vorrendert. Und dadurch hat man ein besseres Spielerlebnis, das Bild ist schärfer und auch mit etwas schlechterer Hardware kann man die Spiele eben in voller Auflösung zocken. Und das wäre natürlich für die PlayStation 5 Pro schon mal ein Riesensprung. Das würde bedeuten, dass eventuell 4K mit 60 FPS möglich wäre. Ob dazu allerdings der ausgerechnete Leistungsanstieg vom Dock ausreicht, ist hier fraglich. Es gibt allerdings auch wiederum Artikel, die ich hier euch einblende, die behaupten wieder, naja, wir könnten hier auch von einer 100% Leistungssteigerung sprechen. Ich möchte übrigens hier nochmal anmerken, alles Hörensagen, alles Gerüchte, alles Insider, deswegen dieses Hin und Her. Wir reden ja von einer 100% Leistungssteigerung, also quasi eine PlayStation 5 Pro sind zwei PlayStation 5s. Das wäre natürlich auch eine massive Leistungssteigerung und dann auch wieder mit diesem KI-System. Das ist allerdings auch, wie gesagt, nicht bestätigt. Das sind nur Gerüchte, das sind nur Insider, wo man mal irgendwo irgendwie ein bisschen Geflüster gehört hat. Würde sich allerdings natürlich anbieten, ich glaube spätestens tatsächlich zur PlayStation 6 wird auch die neue Generation von Microsoft mit ihrer Xbox Series, keine Ahnung, ABCXY Alphabet Version, wird dann sehr wahrscheinlich auch ein eigenes KI-System haben, weil da wird die Richtung hingehen. Denn die Konsolen, denke ich mal, werden spätestens mit NextScan in die Richtung 4K 60fps gehen. Jetzt ist das Problem natürlich von dem einen oder anderen von euch, dass er wahrscheinlich nicht mal einen 4K-Bildschirm besitzt. Also kein Problem, sehr wahrscheinlich reden wir dann hier auch von 2K, so wie ja auch bei der PlayStation 5 per Upgrade nachgereicht wurde. Und so kann man dann eben auf den unterschiedlichen Auflösungen spielen. Bisher ist es ja nur so, man hat halt die Wahl zwischen dem Performance und dem Qualitätsmodus. Und wenn wir mal ehrlich sind, der Qualitätsmodus, also wenn man mal Spiele in 4K spielen möchte, kommt das schon sehr aufs Spiel an, ob man das überhaupt in 4K spielen kann oder ob das wirklich ein Leck-Festival ist und stottert. Wie gesagt, es kommt eben aufs Spiel an, ob der Entwickler das überhaupt so gut optimiert bekommen hat, dass das funktioniert. Da war ich von der PlayStation 5, muss ich jetzt persönlich sagen, auch ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht. Das hatte ich mir ein bisschen flüssiger und ein bisschen besser vorgestellt. Ich habe jetzt keine Wunder erwartet, die Konsole kostet schließlich 500 Euro, baut euch mal einen Rechner zusammen. Der 4K bei 30 FPS kann für 500 Euro, das scheitert ihr direkt an der Grafikkarte. Da müssen wir über die anderen Gerätschaften, die ihr für einen funktionierenden PC braucht, noch gar nicht reden. Aber wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, die PlayStation 5 Pro. Das Announcement könnte Ende dieses Jahres sein. Der Verkauf wahrscheinlich irgendwann 2025, da müssen wir schauen, welche Gerüchte, welche Insider-Informationen sich da jetzt schlussendlich durchsetzen. Und vor allem, wann sich Sony dazu äußert und wann sie die PlayStation 5, also die Pro-Variante schlussendlich announcen. Die Leistung, die reicht von gerade so ein bisschen stärker mit KI-Systemen, allerdings massiv erhöht bis 100%. Das Ding zerruppt eigentlich alles und Next Gen muss ja dann nochmal, nochmal, nochmal einen draufsetzen. Ich kann das wirklich nur sehr, sehr schwer einschätzen, in welche Richtung das geht, weil wir eben keine offiziellen Zahlen und keine offiziellen Quellen hierzu haben. Kommen wir aber mal zu einem anderen Insider und den kenne ich nicht, das ist nämlich ein Englischsprachiger und der heißt Morse Lore Dead. Von dem kommen nämlich auch so ein paar der Specs, was die PlayStation 5 Pro angeht und auch die ein oder andere Einschätzung, was die PlayStation 5 Pro angeht. Aber das ist gar nicht so wichtig, denn der, der hat auch einen neuen Handheld angekündigt. Und zwar die PS Vita 2 oder PlayStation Portable 2, je nachdem wie Sony das Ding oder das Kind am Ende nennen wird. Vielleicht hat es auch nochmal einen ganz eigenen Namen, aber angeblich ist die Finanzierung und die Entwicklung bereits durch, beziehungsweise die Finanzierung wurde stattgegeben. Die Entwicklung ist bereits in der finalen Designphase, was hier bedeuten würde, dass es wohl immer noch bis zu zwei Jahre dauern kann, also bis ins Jahr 2026. Jetzt klingt das erstmal, ja, gar nicht so unglaubwürdig. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, gut, es kam lange kein Handheld mehr, ja, seit der PS Vita. Warum nicht? Ja, Sony möchte sich eben da nochmal in den Markt einmischen. Man sieht es an der Switch, man sieht es am Steam Deck, das Zeug verkauft sich alles wie geschnitten Brot. Warum nicht? Naja, was mich ein bisschen stutzig macht an diesem Announcement ist, dass dieser Handheld mit PlayStation 4 sowie mit PS5-Titeln kompatibel sein soll. Gut, wohl bemerkt, die PS5-Titel wohl nur per Patch und da kommt es auch auf den Entwickler an und wie das Ganze optimiert ist und auch nicht mit allen Titeln. Aber das wäre schon ein ziemlich krasser Handheld, vor allem weil jetzt erst die Portal verkauft wurde. Also viele haben sich die Köpfe eingeschlagen, das Ding war restlos ausverkauft, um ihre Spiele eben unterwegs streamen zu können. Und jetzt kommt ein Handheld, der kompatibel ist mit all deinen PlayStation 4-Titeln, mit einem Großteil deiner PS5-Titeln. Wozu jetzt die Portal? Ich meine gut, die Unterschiede werden erst dann wirklich auftreten oder ersichtlich, wenn wir offizielle Informationen haben. Denn vielleicht wird es diesen Handheld mit diesem für mich fast Wunschdenken, das wäre für mich ein Traum, vielleicht wird es den auch nie geben. Und wie gesagt, das hier ist ein Insider auch mit einer sehr niedrigen Trefferquote und auch da hat nur ein einziger Artikel überhaupt drauf aufmerksam gemacht, dass das ein Insider ist, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, ob diese Informationen überhaupt irgendeinen Wert haben. Dennoch liest man jetzt gerade Dutzende Artikel, es sprießen Videos aus dem Nix wie sonst was. Also bitte seid euch dessen bewusst. Das Einzige, worauf ihr so ein bisschen was geben könnt, ist das Announcement der PlayStation 5 Pro mit der Einschätzung von Tom Henderson, um zumindest eine Richtung zu haben. Auch der Preis von 600 Euro für eine Pro ist nicht unrealistisch. Alles allerdings, was Design, was Leistung, was den neuen Handheld angeht, ist reines Hörensagen, sind reine Gerüchte und es gibt eben nichts, was diese bestätigt oder überhaupt irgendwas, denn Sony hört sich da an schweigen. Das wollte ich euch hiermit nochmal verdeutlichen. Die wichtigsten Informationen sind wirklich zusammengefasst. Wer sich damit wirklich noch länger befassen möchte, der kann sich gerne die ganzen Artikel und die ganzen Quellen durchlesen. Ich bin aber gar nicht so spezifisch auf vieles eingegangen, denn es ist sowieso nur Hören und Sagen. Wenn ich da jetzt alles auseinandergerobt hätte und euch alles erklärt hätte und in drei Wochen wäre ein Announcement gekommen, dann hätte das alles wieder über den Haufen geworfen werden können. Darum hier wirklich in diesem Video nur die wichtigsten Informationen, der freundliche Hinweis, dass alles nur Hören und Sagen, alles nur Gerüchte und alles nur Insider-News sind. Aber ich wollte es euch mal zusammentragen. Ich wollte euch abholen. Ich wollte euch den Weg zeigen und ich wollte euch sagen, woran ihr seid. Wenn ihr diesen Weg weiter mit mir gehen wollt, News und auch Livestreams auf Twitch, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mal reinschaut. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Lasst ein kostenloses Abo da. Bis dahin, euer Cube. Und freut euch mit mir vielleicht auf einen neuen Handheld und die PlayStation 5 Pro.